Ja, Servus Leute, ich bin OnPyroFleek 2012 hier. Heute das 20 Septicions Pro Adventskalender. Sehr schön eingepackt, wie ich finde. Farblich auf jeden Fall. Schleife eben ab. Ja, aus der Form kann man auf jeden Fall nicht viel erkennen. Packen wir das Ganze mal aus. Und das handelt sich hierbei um den Space Twister von Keller. Letztes Jahr auch von Pyroland aus dem Spaceship One. Soll ein Mitzerleger sein, habe ich aber ohne in Erinnerung so. Gucken wir trotzdem nochmal. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem 20. Töcheln des Pyrot Adventskalenders. Mitzerleger, aber abgehoben ist er nicht. So Leute, da das jetzt gerade leider nicht mit dem Space Twister geklappt hat, die Fireboards von OnPyro. Schleife. 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 Vielen Dank.